Hier sind die Nachrichten bei NTV. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ganz herzlichen Dank. Herzlich willkommen auf der CeBIT 2016 hier im Transforum der Deutschen Telekom. Hier dreht sich alles um Digitalisierung, um digitale Transformation. Was sind solche Attacken, solche DDoS-Attacken? Tommi hat es gerade schon gesagt. Wie funktionieren sie? Aber das Wichtigste natürlich, wie kann man sich vor ihnen schützen? Am Telefon ist Niki Lauder, selbst Pilot und jahrelang Eigner einer Fluggesellschaft. Guten Morgen, Herr Lauder. Guten Morgen. So viel Spaß kann man mit Wasser haben und so verschwenderisch kann man hierzulande auch mit Wasser umgehen. Das ist nicht überall auf der Welt so. Es gibt Regionen, in denen Wasser und gerade das Trinkwasser immer mal wieder knapp wird. Teilweise muss es sogar rationiert werden. Umso sorgfältiger und liebevoller sollte man das. Christoph hat es gerade schon angesprochen. Energiewende, ein Riesenthema, ein Jahrhundert. Und wir machen nahtlos weiter mit unserem nächsten Talk. Wir werden das Thema Cloud noch ein bisschen vertiefen. Wir haben es ja eben schon einige Male angesprochen. Cloud ist ja im Grunde genommen ja das Rückgrat der Digitalisierung und genau das Thema, was... Ein paar Tage haben sie noch zu üben. Der FC Bayern hat heute bestätigt, was schon lange als Gerücht durch die Medien geisterte. Trainer Pep Guardiola wird im Sommer gehen. Das und mehr jetzt im Sport mit meinem Kollegen Timo. Jetzt aber. Von diesen frostigen Temperaturen, auch nach Las Vegas. Nicht, um das zu Manipulation betreiben, würden wir nur noch Herrensocken empfehlen könnten oder so. Das würde vielleicht mein Shoppingverhalten ein bisschen entspannen. Oder auch vielleicht bei der Familie von Herrn Rickmann. Ich werde das nicht tun. Nein, natürlich muss sich das verändern. Was bedeutet Digitalisierung ganz konkret für Ihre Kunden? Also Mobilität. Jetzt hat man sich vielleicht dazu entschieden, ja, wir machen das. Wie unterstützen Sie Ihre Kunden und vielleicht auch mal wieder konkret den Mittelstand bei diesem Vorhaben? Danke mich ganz herzlich natürlich bei Oliver Bete, dass er hier war und bei Tim Höttges. Herzlichen Dank. Danke Ihnen auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.